moin leute willkommen zurück wir sind heute mal wieder bei einer runde minecraft bad wars und sind natürlich wie immerzu ein paar bronze zu bekommen gucken baut er sich jetzt schon in mitte oder wie sieht's aus macht da perfekt kann wir hier noch ein bisschen länger sammeln sollte so reichen dass ich mir ein schwert eine spitzhacke ein paar klötze beziehungsweise ganz schnell was zu futtern ich weiß ich muss eigentlich schneller machen steht aber ich habe seit der letzten folge bad wars auch kein bad wars mehr gespielt bin ein bisschen eingerostet er macht das richtig schön schnell da habe ich dieses mal etwas verkackt muss man einfach mal so zugeben sie durch sie durch sie durch sie durch perfekt ich schnapp mir grün ich schnapp mir grün ich schnapp mir grün nein hat er sich noch umgedreht alter schwede schade ich dachte ich wäre vorbei wir könnten uns das bett schnappen aber das sollte nicht sein gut ziehen uns hier gerade die ganzen sachen raus sehe ich auch noch keinen kommen das heißt sie nutzen diese situation gerade nicht aus dass wir beide hier etwas unequipped sind ist sehr nett von denen machen wir das egal dass eine bronze stück ist mir dann auch jacke solange wir jetzt ordentlich was hinkriegen so 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 ganz schnell die rüstung anziehen ein bisschen mehr ausrüstung perfekt ja nicht viel zu viele blöcke aber egal na jetzt habe ich alles aufgesammelt so ein bisschen safer sollten was machen dass hier nicht durch rushen ja aber nicht so safe da kommt sich ab da so ich nehme auch noch ein bisschen gold mit perfekt im dreie voll wir haben viere voll hier haben wir jetzt die fünfe hier liegt nur eins haben wir sechse miss da kommt aber einer da kommt aber einer ordentlich schnell gebaut und runter gefallen nein schade nicht mehr die kurve kriegt zum schluss das wird jetzt knapp das wird jetzt knapp an hier er macht das echt hammer mäßig er rennt immer wieder in die mitte er ist immer wieder darauf bedacht da ordentlich was zu holen so und ich hoffe wir können gleich endlich mal erste bett abbauen wo team gelb ist komplett raus sehe ich gerade die hat nur keine lust mehr so soll mir aber recht sein und da sehe ich doch auch schon dass der nächste kommt oder überhaupt mal der typ hier und tanzt gerade mal zumindest ein bisschen ach man der arm läuft ja den bogen stimmt ja stimmt ja stimmt ja stimmt ja ok du kriegst mich nicht das ist ja da oben drauf ok jetzt würde ich mir gerade mal ein bisschen was zu futtern perfekt ja so geht das doch und grün wurde von rot gesnackt boah wat ein game wat ein game das ist doch echt nicht deren ernst ja ja jetzt wollte oder nicht wollte das so machen und dann setzen wir der anderen container gut ich schon mal schnell noch zwei schafe weil er ächstlich ein bisschen mehr mit seinem bogen angieren sollen dann wäre da auch noch was rauss geworden Oh. Nein, 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 nein. Ach, Mann. Mann, wie oft ich heute schon runtergeflogen bin. Ah, jetzt sind auch nur noch hier und die Roten da. Oh, 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 oh. Und wir haben nicht wirklich viel Equip. So, ich nehme gleich die Dreierrüstung. So, so, so. Ich gucke mal gerade, ob hier ein Eisen dran ist. Ja, so. Perfekt. Dann haben wir uns schnell noch eine Spitzsacke. Blöcke. Ach nein, 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 nein. Das wird jetzt echt knapp und gefährlich. Der hat eine Plattform. Okay. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ja, da komme ich nicht rauf. Da habe ich keine Chance. Da habe ich keine Chance. Das heißt, ich muss jetzt zu grün rüber und es riskieren. Einfach riskieren. Das ist, ja, schade. Schade, schade, schade. Oh, was eine Runde. Den ersten Angriff konnten wir ja super abwehren. Aber das war jetzt so nicht mehr so einfach möglich. Haben die gut gemacht. Kann man nicht anders sagen. Haben die gut gemacht. Die haben sich grün geholt, als die gerade bei uns waren. Und, äh, haben sich dann uns gekreilt. Haben wir gemacht. Ja gut, ich würde sagen, das war es dann tatsächlich schon wieder für heute. War nicht die beste Runde, aber hat trotzdem Spaß gemacht für die erste Runde seit längerer Zeit. Gar nicht so übel. Ich würde sagen, wenn ich das Ganze gefallen habe, gerne noch oben da lassen. Und dann auch gerne den Tag wieder einschalten. Dann auch wieder mit einer Runde, wo wir hoffentlich gewinnen. Mal gucken. Wisst ihr noch dreien. Ciao. Ciao.